Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Gemetzel in Felsmog anzunehmen bei Leutnant Schönwetter in Shergrad an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. Vor Quest ist mir jetzt nicht bekannt, solltet ihr eine kennen, dürft ihr sie gerne in die Kommentare posten. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Schedulance. Das Video sollte euch aber auch helfen in BC Classic. Ich werde jetzt eine kurze Unterbrechung machen, mich ins Questgebiet begeben, der Weg ist sehr lange und sobald ich dort bin zeige ich euch wie diese Mobs aussehen, wo das Questgebiet ist und werde auch beschreiben wie ich da hingekommen bin. Also nicht wegschalten, bis gleich. Da bin ich auch schon gleich im Questgebiet. Hier seht ihr auch schon so ein Mob. Also mache ich jetzt die Map auf, Achtung. Und ich bin nun durch diesen Tunnel geflogen, hier durch. Ja, wenn man fliegen kann, kann man hier durchfliegen. Zumindest in WoW Retail. Ob es auch so ist in WoW Classic weiß ich nicht. Allerdings tippe ich drauf, dass ihr die Quest zum Level macht und dann noch keine 70 seid. Normalerweise sollte man da eh nicht fliegen haben. Bin dann einfach hier entlang bzw. ihr könnt hier entlang laufen. Ich bin einfach rüber geflogen und hier ist das Questgebiet. Ich lande mal und fange mal an zu bekämpfen. So, dann machen wir das. Und normalerweise sind als sechsten Meister zwei Mobs auf einmal kein Problem, weil wir haben ja das Bett. Oh, der ist ja gleich tot bei mir. Ei, ei, ei. Machen die so viel Schaden oder war es noch verletzt? Zum Glück muss man nicht sehr viele Mobs töten. Pfleger fünf Stück und Schamanen drei Stück. Also laufe ich mal weiter in dieses Questgebiet hinein und schau mal, wo diese Schamanen zu finden sind. Ah, dahinter. Da hat sich auch einer hingesetzt, ich mal. Denn dort setze ich auf den Schamanen um. Oh, das war jetzt ein bisschen falsch, egal. Jetzt haben wir einen Schamane. Da hinten ist noch ein Schamane plus ein Schläger, der vorletzte Schläger. Und hinter mir, weil sie was beobachtet hat, war auch noch ein Schamane plus ein Schläger. Da hinten. Hui, der kann sich heilen, aber ich glaube nicht viel. So, nachdem ich diese zwei Mobs haben werde, werde ich nochmal eine kurze Unterweckung machen. Und mich wieder einblenden, sobald ich in der Nähe des Abgabe NPCs bin, damit ihr seht, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Falls ihr das schon wisst, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lassen würdet. Das würde meinen Kanal sehr unterstützen. Und wie gesagt, jetzt gibt es die Unterweckung. Nicht wegschalten, bis gleich. Gleich bin ich auch schon da, das war ein sehr langer Weg, finde ich, selbst mit Fliegen. Die Quest ist dann abzugeben bei Leutnant Könwetter im Schergrad an dieser Position. Also, ihr müsst da einfach wieder durch, durch diese Brücke und hier hin. Oder vielleicht habt ihr euch im Gasthaus den Wohlstein hingelegt, dann könnt ihr euch hier hin porten. Vollkommen egal. Ich hoffe, mein Video hat euch geholfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv werdet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. In der Videobeschreibung gibt es ja den Link zum Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns live. Eizocke Ende. Und dann ist der Videobeschreibung. Vielen Dank.